Die Beziehung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht die beste. Und in diesem Video möchte ich mal gucken, warum das so sein könnte. Die Iran ist ein kleines Land im Mittleren Osten und in der Vergangenheit sind einige Sachen passiert, die sich negativ auf die Beziehung ausgewirkt haben. Beginnen wir unsere Geschichte also im Jahr 1941. Damals herrschte auf der ganzen Welt der Zweite Weltkrieg. Die Alliierten kämpften gegen die Achsenmächte. Im August 1941 standen Großbritannien und die Sowjetunion jetzt sehr stark unter dem Druck deutscher Truppen. Also versuchten beide Länder den Iran zu einer Teilnahme am Zweiten Weltkrieg zu bewegen. Doch der Iran hatte nicht so viel Lust auf Weltkrieg. Doch da sagten beide, kein Problem, wenn der Iran halt keine Lust hat, dann bringen wir ihn halt dazu. Und marschierten kurzerhand im Iran ein und errichteten dort eine Marionettenregierung. Ein paar Jahre später endete dann der Zweite Weltkrieg und die Briten und die Sowjetunion zogen schließlich wieder ab. Doch die Briten sind nicht einfach nur wieder abgezogen, sie haben ihre Ölkonzerne dagelassen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich die iranische Ölproduktion komplett unter dem Einfluss britischer Ölkonzerne. Die Verträge, die die iranische Regierung mit den Ölkonzernen hatte, waren natürlich die fairesten, die es überhaupt gab. Der Iran bekam so gut wie gar nichts und die Ölkonzerne alles. Also wie gesagt, so fair wie es überhaupt nur ging. Das gefiel den Iranern nicht sonderlich, deswegen wurde da seit einiger Zeit eine Enteignung debattiert, zuerst vorangetrieben von Hossein Allah. Doch Allah drohte nur damit richtig ernst gemacht, hat dann erst Mohammed Mossadegh, der diesen Enteignungsbeschluss dann in die Tat umgesetzt hat. Und das geht ja nun wirklich gar nicht, denn Enteignung von Ölkonzernen ist Kommunismus. Und Kommunismus ist böse, wie wir schließlich alle wissen. Also ist Churchill erstmal zum Internationalen Schiedsgerichtshof in Den Haag gegangen und hat natürlich gesagt, das darf die iranische Regierung überhaupt nicht. Was denkt die eigentlich, dass sie etwas souverän entscheiden könnte, was sie selber macht? Sowas geht überhaupt nicht. Da hat der ICC dann allerdings gesagt, doch, das darf sie. Verdammtes linksversüftes Gericht. Aber Churchill hat dann noch was anderes gemacht. Er ist einfach zu seinem Brudi Harry Truman gegangen und hat gefragt, könntest du bitte die iranische Regierung für mich beseitigen? Und Truman hat dann auch gesagt, nein, das ist Imperialismus. Scheiß Pazifisten, was macht man in so einer Situation? Churchill hatte aber Glück, denn in ein paar Monaten wurde ein neuer US-Präsident gewählt und dieser US-Präsident hasste Kommunisten. Und Churchill ist dann zu ihm hingegangen, du im Iran ist da so ein böser Kommunist an der Macht, könntest du den bitte? Und Eisenhower hat dann natürlich gesagt, jawohl, weg mit dem Kommunisten sind böse, wissen wir ja alle. Und hat dann das einzig Richtige getan. Er gab den Befehl zur Operation Ajax. Operation Ajax hatte das Ziel, Mohammed Mossadegh zu beseitigen und durch einen vernünftigen Präsidenten zu ersetzen. Fasola Zahedi war ein strikter Antikommunist und damit ein guter Präsident. Ich meine, weiß man ja, jeder, der gegen Kommunisten ist, ist automatisch ein guter Politiker. Naja, wie haben das CIA und MI6 gemacht? Zum einen haben sie Geld ans Militär und an den Klerus überwiesen. Der Klerus hat Proteste für den Schar organisiert und der Schar wurde unter Druck gesetzt nach dem Motto, entweder du ernennst Zahedi jetzt zum Präsidenten oder das war's mit deiner Dynastie. Da hat der Schar natürlich höchst freiwillig bei diesem Plan mitgemacht. Mossadegh widersetzte sich zuerst noch der Ernennung Zahedis zum Ministerpräsidenten, aber da ihm sowohl Militär als auch Klerus die Gefolgschaft versagten und es dann auch noch Proteste für den Schar gab, gab er schließlich auf und ließ sich gefangen nehmen. Ein Historiker schrieb 2003 in der Zeit zu diesem Putsch, Im Iran errichteten sie das Paradebeispiel eines korrupten und brutalen Marionettenregimes. Gefüttert mit hoher Militär- und Wirtschaftshilfe sowie gestützt durch einen rücksichtslosen Geheimdienst Zawak machten sie den Schar für die nächsten 25 Jahre zur starken Figur im Land und zu einem der verhasstesten Diktatoren der islamischen Welt. Sprich, der Schar war total beliebt und alle mochten ihn, aber gucken wir uns die Herrschaft des Schars erstmal an. Da kann man ganz grundsätzlich erstmal konstatieren, dass der Schar ein lupenreiner Demokrat war. Er schlug friedliche Proteste nieder, schaffte die Wahlen mehr oder weniger ab oder machte sie zumindest bedeutungslos, ließ politische Gegner festnehmen, hinrichten und foltern. Ungefähr über 3000 politische Gegner von ihm kamen während seiner Herrschaft um. Kurzum, er setzte sich für die westlichen Werte ein. Da er, wie gesagt, ein so lupenreiner Demokrat war, hat sich auch jeder US-Präsident mit ihm gerne fotografieren lassen. Während der Scharzeit waren der Iran und die USA befreundete Staaten, um mal Wikipedia zu zitieren. Obwohl der Schar ein allseits beliebter und gütiger Herrscher war, kam es ab 1977 seltsamerweise immer wieder zu Protesten. 1979 nutzte diese Proteste schließlich ein gewisser Rubola Khomeini, um im Iran die Macht zu ergreifen und einen theokratischen Gottesstaat zu errichten. Der Iran wurde nun also von radikalen Islamisten regiert, doch dann betrat ein neuer, lupenreiner Demokrat die internationale politische Bühne. Saddam Hussein, der Herrscher des Iraks. Er marschierte einfach kurzerhand im Iran ein, um für die westlichen Werte zu kämpfen und die Islamisten zu vertreiben. Also, was macht man in so einer Situation? Man unterstützt ihn erstmal mit Geld und Waffen. Das funktionierte so, indem Saddam Hussein Geld und Kredite von mit den USA verfreundeten Golfstaaten erhielt und dann bei den USA über Umwege Waffen kaufte. Ich meine, er hat ja die westlichen Werte verteidigt und da kann man ihn schon mal unterstützen. Nun hatte er das Kriegsglück allerdings nicht auf seiner Seite und der Iran schlug zurück und drohte, im Irak einzufallen. Also, was macht man jetzt, wenn man gerade dabei ist, so einen Krieg zu verlieren? Naja, die USA hatten eine wunderbare Idee, wie man das verhindern könnte. Sie lieferten Saddam Hussein nicht nur normale Waffen, sondern auch Komponenten für Giftgas. Und mit diesem Giftgas gelang es ihm, mehr oder weniger den Iran zurückzuschlagen und zumindest mal ein Unentschieden im Krieg zu gewährleisten. Saddam Hussein fand das Giftgas dann so toll, dass er es im eigenen Land auch noch zur Niederschlagung eines Kurdenaufstandes einsetzte. Also, Ende gut, alles gut. Der Iran und der Irak schlossen schließen. Zum Frieden gingen zwar ungefähr eine Million Tote, die durch diesen Krieg passiert waren, voraus, aber kann man vorher ja nicht wissen, weil es bei einem Krieg so viele Menschen sterben. Im Jahr 1989 starb dann schließlich Roubollah Khomeini und Ali Khamenei kam an die Macht und errichtete quasi das heutige System, indem er das Amt des Ministerpräsidenten abschaffte. Also, der Iran bekam damals seine heutige politische Gestalt, die er heute hat. Mit einem starken Wächterrat und einem eher schwachen Präsidialamt. In den 90er Jahren herrschte dann eine Phase relativer politischer Ruhe, bis dann 2001 in den USA das World Trade Center angegriffen wurde. Damit hatte der Iran jetzt zwar direkt nichts zu tun, aber die USA starteten darauf eine Kampagne des Krieges gegen den Terror. Aber woraus bestand dieser Kreuzzug gegen den Terrorismus, wie ihn George W. Bush auch nannte? Zum einen wurden sämtliche Menschen, die die USA für Terroristen hielten, entführt, getötet beziehungsweise in geheime Foltergefängnisse überall auf der Welt gebracht. Quasi mit den Mitteln freiheitlicher Demokratien bekämpft. Alle Staaten, die bei diesem wunderschönen Kreuzzug nicht mitmachen wollten, waren Schurkenstaaten und wurden dann von der US-Regierung wahlweise beseitigt. In der Nachbarschaft des Irans traf das zuerst Afghanistan und dann den ehemaligen Kumpel der USA, Saddam Hussein. Innerhalb dieser politischen Gemengelage wurde 2005 ein neuer Präsident gewählt, Mahmoud Ahmadinejad, der sich ein Jahr später dachte, Mensch, es ist ja politisch gerade so gefährlich, gieße ich noch ein bisschen Öl ins Feuer und starte ein Atomprogramm. Das haben dann viele westliche Staaten als Provokation empfunden und Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt, in deren Folge Hassan Rouhani zum iranischen Präsidenten gewählt wurde. Rouhanis Wahlversprechen war, ein Atomprogramm zu verhandeln, und genau das machte er dann. 2015 wurde es dann schließlich unterschrieben. So, Ende gut, alles gut, könnte man jetzt denken. Aber dann wurde in den USA ein neuer Präsident gewählt. Und siehe da, dieser Präsident hatte keine Lust mehr aufs Atomabkommen, also kündigte er es einfach auf. Ich meine, ist ja nur ein völkerrechtlicher Vertrag, das Völkerrecht ist ja sowieso nur was für Loserstaaten, die keine Atombomben haben. Die alten Wirtschaftssanktionen wurden wieder in Kraft gesetzt, aber in den USA wurde plötzlich wieder ein neuer Präsident gewählt und dieser Präsident hatte eigentlich versprochen, die Wirtschaftssanktionen aufzuheben und dem Atomabkommen wieder beizutreten. Der Iran hatte das auch angeboten, aber dann wurde Joe Biden gefragt, wann er das denn vorhälte. Und darauf antwortete das Weiße Haus, Biden habe gemeint, Teheran müsse wieder strikt all jene Beschränkungen einhalten, die 2015 die Regierung von Barack Obama ausgehandelt hatte. Also nochmal, weil es so lustig ist. Die USA treten aus einem völkerrechtlichen Vertrag aus und dann sagen sie, dass sie erst wieder eintreten, wenn der Iran sich zu 100% dran halten würde. Also ein US-Präsident, der so viel gesunden, schwarzen Humor hat, bei dem habe ich ein gutes Gefühl für die nächsten vier Jahre.